Oh, dann hast du neue Raid wahrscheinlich dann dessen mit dem Rasputin. Ben. Na, können wir machen. Wir haben jetzt nur noch einen Clan, also. Pass gleich, wie sehr Escher es will. Wenn du da reingehst, pass auf dich auf. Oh. Eheh-heh. 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 Toll, die anfangen. Ich komme ja nicht mehr da durch. Ich komme eh gleich wieder. Ich komme eh gleich wieder. Hehehehe. 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 So. Zoom. Wow. Ich gebe jedem von denen einfach eine Schelle. Hehehehe. Oh shoot. Scheint als wollen die Max wieder die Kontrolle über den Forst übernehmen. Das können sie versuchen. Der Forst gehört jetzt mir. Da ist die Vorhut aber anderer Meinung. Oh da ist ja nichts. Da ist kein Boden. Hehehehe. Nein. Hehehehe. 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 Puchlatt. Oh boy. Ich wollte zu dir springen und bin gegen die Mauer gesprungen. So, dann konzentriere ich mich jetzt. So, hier durchkomm ich nicht, wir müssen die ja töten. Naja. Nein! Guck dir grad so zu, bis der wieder zu mir laufen wird, direkt wieder tot. Guck dir. Guck dir. Also. Jetzt kommen wir durch. Oh Mann. Aber auf 1,50 ist schon ordentlich, finde ich. ich schade dass nicht irgendein neuer strike jetzt durch zufall haben müssen wir müssen man drei stücke offen das aber wenn wir noch mal den gleichen kriegen abbrechen ab würde ich sagen würde ja also denkt also wenn es genau der gleiche jetzt noch mal kommen würde dann den mache ich den definitiv nicht so diese kluft vor uns sieht nicht gerade einladend aus deshalb habe ich für dich einen sparrow simuliert ich hatte die gleiche idee du hast es nur zuerst gesagt nein ist knapp alter unser typ hier dringt mich voll ab besser jaja nein ich kann diese kabane nicht von den echten unterscheiden was ist schon der unterschied weg simulationen sind genauso tödlich diese kopien haben dasselbe ziel wie ihre gegenstücke eine zukunft zu finden in der die legion die rote schlacht gewinnt nein ich bin runtergefallen ich kann nicht verbrechen ich bin noch hinter dir okay cool Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank.